Yo guys, what's up, the blue gangsta is back with the second part of Crash Bandicoot 1 Okay, we're going to hunt a wild dog or whatever, I don't know I also got to use it I'm going to hunt a wild dog 24 gifts? Seriously? What the hell? What the hell? Holy shit, god damn Okay So Also da kann ich echt nicht durch Aber wie soll ich die Kiste dann kriegen? Ist doch bescheuert Okay Okay Damn How am I supposed to get that? Alter, was soll das? Ich pack's nicht dran Ich muss es öfter durchgehen bis ich den Ablauf im Kopf hab Okay Ich bin doch gesprungen WTF I don't get it Ja geil Und da vorne war ein Checkmate Gangster, nochmal von vorne Game Over Yeah whatever Yeah 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 Hogwild Alter Sprung getriegt um vom trollen herz abzuspringen Cool info Wow Krass, dass es im Ladebalken kommt Wahrscheinlich war das schon vorhin da Ich hab's nur nicht mitbekommen Also wie viele Kisten? 24 Sherpa Number one, number two Three Four Five Six Seven Seven Eight Nine Ja ich kann das sehen, zählen Ten Eleven Twelve Thirteen Fourteen Fifteen Sixteen Seven Eight Nine Twenty-one Twenty-two F-U Noch zwei Noch zwei Kisten Noch zehn jetzt Eins Zwei Drei Drei Vier Fünf Sechs 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 Acht Neun Sechs Ja Mann war das kompliziert ja und erst wenn man die alle gesammelt hat kriegt man das true ending aus bescheuert but whatever that's how it goes okay so let's do this let's do this let's do this ich habe es das letzte mal geschnitten weil es zu lang ging und dann wurde daraus nur eine halbe stunde wo ich eigentlich 50 minuten geplant habe habe ich eigentlich auch nur 50 minuten geplant fängt an wie die stage letztens okay wenn ich im richtigen moment wenn ich aufbauen es extra dann spring ich all right then okay sorry gibt es hier nicht irgendwie ein secret path müsste es geben da oben kann man ja okay nummer zwei drei ich habe ich war das dritte ich zähle einfach weiter we don't wait hell what the fuck whatever so geht's auch komm 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 jawoll das müssen wir nehmen ob wir wollen oder nicht so 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 noch jemand der mich aufhalten will okay okay du scheiß den kill ich alle wenn ich noch das leben dazu habe jawoll man spiele ich gerade schlechtes los ich muss ja voll durch ich spiele gerade echt bescheuert magst du es lieber etwas nostalgischer benutze die richtungstasten oh oh really oh really oh Alright, let's do this again. So, wow, ich habe es mal bis hierhin geschafft, ohne verletzt zu werden. Right, let's go up, up, up. Hä? So geht doch. Get the F away. So. What? So, jetzt. Ha. Ich sollte mich nicht zu früh freuen. Okay, mach. So. Alright. Das hätten wir soweit. Die fünf Kisten hier. Very nice. In einem Durchlauf krank. So. 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 Bis jetzt sieht alles noch sehr gut aus, besser als sonst. Checkpoint. Nice. So. 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 Elfstück, die hätten wir alle dort gekriegt. Jetzt wird nur noch, dass ich von hier ganz oben ganz nach unten falle. Alter, endlich durch. Sorry, Crash. Gott, that took like forever. Okay, kurz, meine Insel gewechselt, krank. Okay. So. Okay. Und eine Bonus-Runde zu können, kostet kein Leben, also versuch es einfach, ja. All right. Wieder 4-8. Und wieder verkackt. So. Alter. Spring. so holy all right checkpoint für den nuke okay let's move it so god scheißteil ich bin doch gesprungen keine trophäe diesmal so alter das ging diesmal wenigstens schneller so läuft doch checkpoint das war lächerlich so all right soll ich wieder zurück ok wo ne das machen wir nicht das machen wir nicht ok ein versuch noch das hat nicht gezählt so what the hell letzter versuch ob wir drankommen oder nicht ich will nicht mehr ganz live dafür aufgeben ja der bringt mir da auch nichts aber ich habe keinen bock wegen zwei kisten das ding nicht zu kriegen also ein versuch noch ok warte 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 so jetzt ist hier irgendwas da oben ah nee so komme ich wieder hoch ah jetzt habe ich es verstanden einmal hier und einmal hier genau hoffentlich habe ich da jetzt nicht wieder was verpasst wow jawoll es war gut getimed jawoll sehr nice 30 krank unservt ok ok ich sehe nicht wann der ok das war ne dumme idee schon verstanden so let's try it again okay okay gut okay 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 so So Gangster So Noch ein Also war es doch richtig von mir Nach hinten zu gehen Und es zu machen Geht doch, Alter Oh, Mann Alter So Endlich geht's weiter, Alter Wie ging das nochmal? Ich darf mich auf keinen Fall von dem erwischen lassen So wie hier zum Beispiel Ich muss die Big TNTs aktivieren Okay, das bringt dir auf dieser Reihe nichts Und das war auch schwarzsinnig Kommt er eigentlich Okay So, jetzt könnte es klappen Ernsthaft Komm schon What the hell Das hat ihn ja nicht mal gekriegt Okay, der entert erst nachdem er getroffen wurde Okay Schon zu lange her Warum springe ich da hin? Okay Okay Auf der Seite Alles klar Da brauche ich gar nicht hin Einmal hier Wieder hier Warum geht die nicht Ah Gott, du nicht idiot Bleibt das stehen Ich warte jetzt einfach mal hier Ich warte jetzt einfach mal hier kurz Okay, das bringt's auch nicht Ich voll idiot Also Hier Nummer 1 Perfekt Dann hier Nicht Auch nicht Das hätt's gebracht Man glaubt mir einfach Das war wahrscheinlich zu früh Oh Mann Ich muss warten Bis sie weiter nach vorne gehen Bullshit Man bin ich gerade schlecht Die bewegen sich dann gar nicht Nee Das war bullshit von mir Das war bullshit von mir Ich hab's geschafft Und tschüss Ripper, Ripper, ruiniert Okay Zwei Stages noch Dann hab ich genug für heute So schlecht wie ich heute gespielt Hab ich in meinem Leben noch nie gespielt Und das auf YouTube, alter Krank Okay Okay Wie kommt man da rüber Ah cool Toll, jetzt komm ich nicht mehr auf die andere Seite Ah okay So geht's auch Aber dann bleibt die Kiste ja hier Es geht auch nicht Ich muss es echt So machen Da komm ich auch nicht Wow Das Spiel denkt man an einen Noob nämlich Oh shit Stimmt hier kann man ja unendliche Apples sammeln Hier könnte man voll cheaten Hier könnte man voll cheaten So Fast Ja ja Das ist alles noch die easy Version Ich weiß What the fuck ist gerade passiert Ich hab gerade überhaupt nicht drauf geachtet Also irgendwas hab ich nicht betätigt Damit ich Hey der hat's fast geschafft Ne Geschafft Der Ich verschwende grad von umsonst das ganze Leben Was ich bekomme Krank Da ist doch was da oben Ich spring lieber so rum Das schaffe ich das auch so Der grad noch So Alter Very nice So geht doch What the hell Also sorry dass ich Ich idiot Sorry dass ich grad so wenig laber Aber Der ist grad so viel bullshit passiert Der könnte völlig böse sein Ne Da komm ich jetzt nicht mehr rüber Schade Na komm Das hätte ich packen müssen Schon wieder nett Ah da ist das Ding Ja Hoffnung Gehe ich jetzt den ganzen Weg zurück Das ist doch unglaublich Schön im Rhythmus Ja Rhythmus verkackt Krank Und das als Musician Ja ich hätte alle drei bekommen Ja 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 Schade Schade Wir kriegen nicht alle Kisten What Alter Hat mich das Ding grad erschreckt Es war ja klar Dass wir zur selben Zeit springen mussten Ist ja logisch Nein ich sammle jetzt nicht alle Kisten Das bringt's ja nicht Ich guck nur dass ich genug Apples hab für Leben Dass ich genug Apples hab für Leben What Das müssen wir anders machen Der Fetzen ist so weg Da können wir nur vernehmen Und zwar so so Geht doch Holy Ich bin jetzt einfach mal voller Hoffnung gesprungen Alter 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 Gucken wir uns das Muster an Zack 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 Erst wenn alle drei gleichzeitig gehen Dann erst Okay Zack 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 Okay Das kochen wir eigentlich nicht Wenigstens etwas Dass wir ein bissle Die ganzen scheiß Lives Die wir verschwendet haben Wieder zurück Wieder 33 Stunden Fuck Warum geht zuerst das untere kaputt Ich mach einfach alle oberen kaputt Schätze auf die Apples Sehr schön Sag ich doch Krank So Zwei Lives Und 161 Erfels Krank Ten Lives What up Und eins davon ist weg Ne So schaffe ich das nicht Und schon wieder ein Live verschwendet Aha Laufen Jetzt Du dummer Ja Ja Wann sprichst du denn endlich weg Nein 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 Ich wusste es Verdammt So viel Lives gekriegt Und jetzt alles wieder verpackt Ich muss wieder zurückspringen Wahrscheinlich Ja das nützt mir gegen den auch nix Der Noob Bonus Jetzt nicht drüber gehen So Easy Seht ihr Oh Gott Noch eine Stage Gebe ich mir Damit wir wenigstens vorankommen Dann darfst du es Gott 24 Kisten Damn Okay was ist es da hinten Kann man hier nicht irgendwie view Geht wahrscheinlich nicht Egal Das gebe ich mir noch Und dann ist Ende Die fehlenden Kisten Folge der Spur der Wumpa Früchte Okay Wumpa Früchte heißen die Alles klar Oh Gott Was habe ich mir denn da ausguckt Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das kann man bei diesem 3D hier schlecht erkennen, wie weit man eigentlich nach vorne, also den Abstand, sieht man, Null. Ja, du blöde Spinne, du juckst mich nicht. Mist, hier hinten ist doch was. 6, 7, die Hälfte hätten wir. Warte mal ganz kurz. Alter, ich dachte, wir brägt das jetzt noch weiter oder was? Okay, sorry. Checkpoint. Wenigstens etwas. Genau das habe ich gemeint. Aber zum Glück war da gerade ein Checkpoint. Einfach voll durchziehen, okay. Ich glaube, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das bleibt nicht so lange stehen. Ich vollidiot. Ich mache es so behindert. What? Ah. What? Ich bin einfach ausgerutscht. What? Schon wieder. Mir der... Hilf mir der auch nicht. Einmal versuche ich es noch, wenn nicht, dann machen wir das im nächsten Part. Wie, was das war? Was ist das? Ah. Das hat mir mal sehr gut geklappt. Okay point number one okay so Very nice 34 sehr schön ist jetzt noch nichts falsch gemacht Das war schon wieder falsch und hier verkack ich es bestimmt genau wie beim letzten Mal. Wow das war Glück. Welch ein bisschen später. Das war wieder AC knapp. Mist jetzt ist perfekt gewesen. Ich soll da runter springen. Ach so okay. Ich mache es einfach hier. Jetzt wird es schon wieder die perfekte Möglichkeit. Jawohl. Jawohl. Ha. Okay. So. Wenn ich das verkack, Alter. Das wäre richtig traurig. Warum sage ich sowas überhaupt? Dann passiert es doch erst recht. So. What? Noch 27 Kisten. Also wie gesagt, wenn ich hier wieder auf Game Over bin, dann war es das für diesen Part. So. 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 Hey. Esel. So sehen wir mehr. Verwürdigнее. datos Was ist dazwischen? Schade hat mich so ganz gereicht Komm schon Das Ding breit Oh god Ja wohin denn? Hä? Da nach... Da, ne Achso nach hinten God Get the F away Jawoll ein Extra Life Oh god Und gleich noch eins Und nur noch 7 King Kingston Kisten Gangster Das wird kompliziert Boah Noch 3 Stück Come on Was? Wir fehlen 2 Wieso? Hä? Wieso? Geht's da weiter? Hat's hier 2 Kisten? Ne Egal Das hätten wir 2 Kisten Naja Alles klar guys Dann mach ich hier einen Cut Und wir sehen uns im nächsten Part Das war wahrscheinlich the worst part of the mall Das wird nichts mal besser versprochen Danke fürs Zuschauen Hope you Still liked it And that's the blue gangster I'm out Peace youtube world